Was geht? Was geht ab meine Freunde? Zu einer kleinen Ankündigung und ja die meisten die auf Twitter aktiv sind wissen es wahrscheinlich schon und zwar ist heute um also jetzt heute der 18.4 um 18 Uhr startet mein Stream auf twitch.tv slash derkunga dort werde ich heute streamen hauptsächlich beziehungsweise unter anderem donkeygames.net auf unserem Server denn der Server wird heute die Wildcard Phase verlassen und in die Open Beta gehen das heißt jeder kann nun auf den Server joinen man braucht keine Wildcard mehr das heißt ihr könnt eure Familie Mutter Oma und wenn ihr auch 5 Omas habt könnt ihr die auch einladen und mit denen zocken deswegen würde ich mich freuen wenn ihr beim Stream vorbeischaut auf dem Server vorbeischaut der Jens also JB wird sehr wahrscheinlich auch noch hier vor Ort bei mir zu Hause sein wir werden ein bisschen lachen und kichern auf den Stühlen die ich hier habe und ansonsten würde ich sagen schaut vorbei Leute würde mich wirklich freuen und haut rein bis später